Das ist das neue iPhone 15. Willkommen zu der Präsentation von dem neuen iPhone 15. Mein Name ist Basch Kim, ich bin nicht nur ein Bodybuilder, Schauspieler, Supermodell, Fußballspieler, Nachrichtensprecher, Physikprofessor, Profi-Tänzer. Ich bin auch ein Chefprogrammer bei Apple in Kalifornien, Amerika und ich habe mitentwickelt den neuen iPhone 15. Aber was ist neu bei dem neuen iPhone? Gar nichts, aber ihr kauft sowieso die ganze Scheiße, die Apple jedes Jahr verkauft für zu viel Geld. Kauft ihr sowieso... Oh Scheiß und Dreck. Ich habe falsch gelesen von diesem Monitor. Da steht, alles ist neu, beste, beste iPhone auf der ganzen Welt in Geschichte von Apple. Das ist der beste iPhone, alles neu. Oh Scheiße, hier ist sogar falsche Zahl. Hier steht iPhone 14, einmal neu schreiben, iPhone 15.